So, heute haben wir wieder mal einen bildschönen Neuzugang aus dem Hause Jaguar. Ein F-Type 2.0 Turbo mit Sportabgasanlage, LED-Scheinwerfern, dunkelblau Metallic, A-Dynamic Optik-Paket. Bildschön neben der große Bruder. Und die Innenausstattung haben wir in Lederausstattung Hellgrau und zwar Vollleder, das heißt inklusive Dachhimmel, alles beledert und dazu die seltenen Sportsitze von Jaguar. Mehr Infos unter rs-auto.de